Mit Melodie, Startnummer 50 Das war leider ein Biss Das gibt mir die Gelegenheit nochmal auf unsere Küche hinzuweisen Heute im Angebot selbstgemachte Maultaschen entweder in der Brühe oder mit Kartoffelsalat Sehr zu empfehlen Wenn ihr jetzt direkt ins Vereinsheim geht, ist die Schlange sicher nicht zu lang und ich will sie euch jetzt nicht so gut München der Brühe Dann schte ich hier die Kirche hinzu Währe Arto Die Frise 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 Vielen Dank.